so nach servus 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 wieder willkommen zurück ins nächste game von der beta so was haben wir denn hier einen reflex also die haben jetzt nicht mehr so viele reflex visiere also nicht mehr so arg viel ja weil manchmal langen lauf feuerkraft haben wir schon mal haben wir schon unter und mag er ziehen auch mal netz griff haben wir hat nur ein bisschen mehr handhabung auch mal netz visier so wir sind die waffe verbessert ich mag ja die mp5 scharfsschützen gewähne ich mich jetzt auf jeden fall noch nicht wagen so skyline herrschaft das habt ihr ja vorhin gespielt und unsere herrschaften mal wieder so geschrien haben wie ich nicht sagen konnte deswegen jetzt ist ein bisschen aber mal ob es diesmal ein bisschen hinkriegen besser zu spielen so wenn ihr euren namen reinwaschen wollt dann genau jetzt sichere das zielobjekt schweigen wir siehern schweigen bis bald so so wie Ja natürlich wieder mit Strohflintern, ist klar. So. Au. Kommando, schickt mir einen Wachhund-Heli. Jawoll. Wir verlieren Grafo. Digga. Und der ist schon wieder hinter mir. Ja, mein Gott Leute, läuft doch mal ein bisschen und hört auf da ständig jedes Mal irgendwie Deckung zu finden oder zu kämpfen, Alter. Was hab ich grad zu dir gesagt, du Idiot? Ich bin froh, dass jetzt das selber bei dir war. Ja, merkst du das? Ich begleiche immer alle Schulden. Ja, der Sniper musste jetzt auch noch mal grad... ...fallen glauben. Wir verlieren Grafo. Das ist bloß sowas von... Wir verlieren B. Ja, hm, der kann mich so... kann ich sofort killen. Digga. Wir verlieren A. Ja. Also die Waffen können noch ein bisschen stärker sein. Wir haben Aferlohn. Das ist dein Feind. Sichern Sie. Ja. Feind im Zielkreuz. Eroberung von Bravo läuft. ... ... ... Ist meine蛇, sie ist sicher. Fug targeted! Fug targeted. Ich schaffte mir ein paar Kull-Klisten. Fugaw! Wir verlieren Charlie. Boah, ich muss ja schon mal in diese... 13 zu 16, können wir noch besser. Hey, wir sind nicht beim Paintball. Wir verlieren Alpha. Wir verlieren B. Oh Gott. Jetzt kommt er mir einfach entgegen. Wir verlieren Bravo. Wir verlieren Charlie. Bravo verloren. Oh Leute. Oh Gott. Oh Gott. Ja, nimm den Finger vom Abzug. Wir verlieren Angst. Wir erobern C. Ist gar, dass zwei Leute helfen. Ein Beschuss. Nie überprüfen. Zone Charlie abgeriegelt. Ja. Wir verlieren Alpha. Ah. Wir kontrollieren Bravo. Wir haben Alpha verloren. Ja. Ist klar, dass er mir gleich wieder sofort wieder Sniper tut. Oh, ich hasse die Sniper schon wieder. Nehmen Alpha ein. Ha? Zone Alpha eingenommen. Na, was ist denn mit Eich Löwen los hier? Wir erobern B. Sie nehmen C ein. Hä? Wir verlieren A. Sie haben Charlie verloren. Habe Tschüss. Oh Gott. Da kommt er mir vorher. Eroberung von Tago läuft. Oh, jetzt sind sie wieder mal die Pro Gamer. B wird gesichert. Ach. Gebt mir Deckung. Nehmen wir das Zielobjekt ein. Wir verlieren Alpha. Kommando, schick mir ein Wachungs-Heli. C wird gesichert. Wir nehmen das Zielobjekt ein. Sichern Zone A. Wir verlieren B. Wir verlieren Bravo. Alpha wird gesichert. Standorte sicher. Aktuelle Stellung halb B. Wir verlieren Alpha. Wir verlieren Alpha. Okay. Wir gewinnen heute die. Äh die. Wir verlieren Alpha. alle ziele abgeriegelt halte diese schweine zurück na ja klar die stehen da auch da oben ist ja auch leicht dass man gleich 21 27 ja ich muss ja schon reinkommen in das game aber ich bin sogar dritter ich habe doch bei aus aufrüstung doch auf sturmgewerk stellt xm4 gucken wir mal wer die xm4 steht also bis jetzt finde ich das hauptmenü ziemlich cool den sound weg probieren mal stellung feuert und tötet wir sind nicht zum verhandeln hier die stellung erobert stellung gesichert der feind hat die stellung die stellung wurde gesichert die stellung der feind hat die stellung erobert ooooh mein gott herr ich hab doch nicht stellung ist aktiv stellung gesichert die stellung erobert ich bin froh dass ich nachher wieder team deadmatch zu zocken kann der feind hat die stellung auch gott es ist warm Ja, von hinten ist ja auch klar, dass ich der Koi-Chance habe. Aber was ich halt nicht so gerade frage, warum spielt man mit der XM4 auf Firstfire Waffe? Weil die war ja in Kolt war ganz anders. Warum muss ich immer dauernd nachladen, ich verstehe das nicht. Ich bin nicht so der Bestfire Man. Ja. Was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt? Ich bin nicht gestattet. Ich verstehe das nicht Leute. Ist alles in Ordnung? Ja, also bei mir steht alles in Ordnung. Ach Black Ops 6. Also manchmal hat man wirklich noch Probleme, also Verbindungsprobleme on point. Warum Jungs? Also ich bin froh, dass ich das Game nicht bestellt habe. Und Gott sei Dank am Game Pass liegt. Ja, das kann doch nicht sein, dass ich immer ständig jedes Mal Dings bekomme. Immer dauernd diese dämlichen Verbindungsprobleme. Ja. 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 Ich bin doof-Kindleiter und Sa thumb. Du bist du guck. wastewater. Auch unser Stil Nest. aber ich sehe es doch nicht ein dass ich immer ständig jedes mal das game noch mal neu starten muss nur weil herr von und so die netzwerk fehler immer ständig das kann doch wohl nicht wahr sein ich werde hier raus gefeuert ist gar nicht gut egal also ich würde mal sagen wir sehen uns dann im nächsten call of duty falls ich überhaupt noch mal reinkommen bis dann so da bin ich wieder ob sie jetzt doch noch mal geschafft in die dings zu kommen alter als er hier ist ich habe keine ahnung was los ist so noch mal ein nobi finden weiß ja nicht ab wann ist denn die ak frei oh die ist jetzt schon frei gut ich zeige mal wieder ak ok ich gehe lieber doch in die partie boah das hier ist er wirklich COD was machst du Digga ja schau das ist gut so probieren wir uns mal die ak aus ja natürlich ja natürlich ja natürlich Ich... Ich hoffe jetzt einfach hier runter. Boah. C wird gesichert. Wir regeln Schali ab. Oh. Doppelte. K.A.K. Ich höre schon mal was. Jetzt werde ich ein bisschen verrückt. Wir verlieren Alpha. Weißt du was? Das ist mir grad sowas von egal. Aufklärung ist bereit. Ich begleiche immer alle Schulden. Aufklärung ist aktiv. Wir verlieren A. Wir verlieren B. Charlie wird gesichert. Gibt mir Deckung. Nehme das Zielobjekt ein. Wir haben Alpha verloren. Okay. Mit der Person habe ich noch nicht so... Also was ich sagen muss ist, dass die Waffen zwar gut sind, aber ein kleines bisschen sollten sie schon besser sein. Nehmt das Zielobjekt ein. Egal was es kostet. Wohl nur ein kleines bisschen heiß. Ein Drehrum an der Schartensschraube. Hätte ich gesagt. Aber ansonsten grafiktechnisch ist das Game gut. Egal. Jetzt. C wird gesichert Ach Gott Ach man Wir verlieren Bravo Wir verlieren C1 Wir verlieren Alpha Da sind sie alle auf einen Haufen Aber ich habe trotzdem einen erwischt Wir kontrollieren Bravo Zauber Leute Wir verlieren Bravo Bravo verloren Westpoint legt Hilfton sie fest B wird gesichert Kommando Wir brauchen Unterstützung Dicker das gibt es doch nicht B wird gesichert Alpha wird gesichert Ja warum nicht Wir verlieren B Alle Szene abgeriegelt Haltet diese Schweine zurück Wir verlieren Charlie Sie nehmen C1 Wir haben Charlie verloren Was ist hier gerade nur noch um Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah Wir regeln Charly ab. Schubbohr noch. Charly wird gesichert. Er wird gerade eingenommen. Wir haben Alpha verloren. Zone C sicher. Der Fero-Sul-Granater. Wir verlieren Bravo. Nehmen Alpha ein. Wir haben B verloren. Feindlicher Aufklärungspuls entdeckt. Aber wenigstens mal Euler machen. Wie machen wir dann? 16-18. Alle Positionen gesichert. Verschanzt euch und haltet sie. Ja. Wir haben sogar zwei. Die Ziellinie ist in Sicht. Nicht nachlassen. Okay, wir gewinnen. Wir verlieren B. Noch viele Sinn. Uh, ich will ja mal einmal Plus bleiben. Okay. Sauber. Ja, wenigstens mal einmal Plus. Wenigstens mal was. Okay, ich war fütter. Naja. Hauptsache was. Boah, also wie schon gesagt. COD oder Activision macht. Tut euch einen Gefallen. Und macht die dämlichen Server richtig. Ist ja grauenhaft. Aufsatz. Aufsatz. Schwere Schaft. Und... Ich muss erst mal gucken, dass ich erst mal wieder richtig ziehe hier. Ich finde den Soundtrack schon mal sehr gut. Hat ein bisschen Black Ops 1 Vibes, ein bisschen, also da haben wir schon mal ne Kampagne, ah schon mal kennt sowas schon. Oh, jetzt ist es so warm. Du bist tot. Stellung wurde gesichert. Sehr gut, ihr liegt jetzt vorn. Alter, Leute erschreck dich doch jetzt. Alter. Stellung gesichert. Aufgehung, du bist bereit. Nicht mit mir. Stellung lokalisiert. Wagt dich das nochmal? Der Feind hat die Stellung. Ja. Stellung ist aktiv. Stellung wurde gesichert. So. Wo sie oben rum turnen. Feinde haben die Stellung erobert. Zeit. Ich musste nachladen. Mi mi mi. Ich spiele so wie ich spielen möchte. Wurde neu getroffen Boah Au Von hinten Wurde von drei Leuten fast aufgeschossen Stellung aktiv Stellung gesichert Boah Feindliches Sturmpaket zerstört Was ich eigentlich auf jeden Fall mal rum kritisieren darf Was ist das eigentlich für ne Armeenatz Also was ist denn das für ein Dings Also man läuft und hat irgendwo an seinen Arm oder was Also Wenn man das nicht so macht wie bei anderen CODs Einfach die Waffe hier oben Oder habt ihr da Ja das kann ja auch Stellung wurde gesichert Feinde haben die Stellung erobert Wer hat der Erober verraten Stellung gesichert Aufschluss Aufschluss Ich hab sogar noch einen getroffen Hey Der Feind hat die Stellung Also so langsam komm ich mal in die Einstellung hoch Ganz interessant Und man kommt oben wieder raus Das ist doof Also man sollte Erst auf jeden Fall schießen Wenn man wirklich einen Feind sieht Da wurde der Begriff Da wurde der Begriff Zum Beispiel so Der Feind mit der Schütze Der Feind mit der Schütze Der Feind hat die Schütze Stellung lokalisiert Dicker Dicker Stellung aktiv Stellung wurde gesichert Feinde haben die Stellung erobert. So. Der steht da vorne und schießt nicht mal, obwohl es ein feindlich ist. Ich muss jetzt gar nicht abhauen. Stellung ist aktiv. Stellung gesichert. Also ich muss sagen, außer das mal wieder ein bisschen das Netz ausfällt, das Internet ausfällt, anscheinend nur die Verbindung abbricht. Ja. Feindliche Fernlenkladung entdeckt. Alles. Okay. Er kann nur einen abziehen. Also. Feinde haben die Stellung erobert. Das ist ein lauter Becken. Ist das jetzt? Oh Leute hört auf mit euren Blendgranaten. Mein Gott. Kann ja heiter werden wegen der Kampagne, weil ich spiele ja sozusagen, oder let's play für euch noch die Kampagne in November. Ja. Oder bis gesagt, in November kommen die Videos raus. Und. Es kommt keine Verstärkung. Wenn ihr ja nicht in den Chaos kommen wollt, haltet euch rein. Egal. Ich hätte eigentlich Granate schmeißen müssen. Brauchst gar nicht da hinzulegen. Ja. Boah. Alter. Ich werde schon wieder geblendet. Egal. Stellung gesichert. Feinde haben die Stellung erobert. Stellung aktiv. Feinde erledigt. Stellung wurde gesichert. Wenn nur einer kommt, oder? Wer Feinde hat die Stellung. Part autorisiert. Alter. Nein. Ich hätte jetzt eh gestorben, weil mit Pistole komme ich jetzt nicht so kurz klar. Boah. Ich lebe ja hier grad schön die AK. Digga. Stellung identifiziert. Warum kippe ich so einfach so schnell? Oh Mann. Die Stellung erobert. Stellung ist aktiv. Also das mit den Grenzsacher hier. Muss ich hier mal deutlich mehr überarbeiten. Das kann man sehen. Hätte AK. Google. Ich glaube nicht, dass man eine Waffe so aufhebt. Oder heben muss. Wer ans rennt. Das muss jetzt auch nicht sein. Ich renne. Ich renne. Das sollten sie sich nochmal überarbeiten lassen. Also das rennen. Ich renne. Stellung geht sicher. Emination hier wegen des renns. Stellung aktiv. Oh. Da muss man nicht so überblühtig sein! 33, 18, cool. Das ist meine erste Runde seit jetzt. Wie wird denn? Ja. 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 Boah. Wie liebte Leute. Welche drin bin ich? Zweiter. 33 Kids. 38. Das ist schon mal gut. Das finde ich schon mal sehr in Ordnung. Also so langsam komme ich. Da erscheine ich so langsam in die Dings. So. So. Dann kommen wir mal bei den Waffen. Da kommen. Mündung haben wir auch nicht. Lauf. Feuerkraft. Ich muss sagen es ist ein sehr gutes Spiel. Aber man muss auch mal überlegen. Ich habe keine Lust das Game nochmal zu zahlen. Deswegen bin ich froh das ist ein Game. Game passt nicht. Ja. 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 So. So. so langsam werde ich besser mit der Steuerung also die Rennarmination müssen sie nochmal richtig machen so jetzt jetzt nicht nachlassen ok die Feinde haben die Führung zurück so au oh mit der Pistole ist klar ja oft halt dich ständig dich zu wehren ich denke nix ja 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 Komm mal hoch. Eine Leiche mehr. Nehmen wir den Moni. Oh. Okay. Erster Pistil. Schuss. Er hat keine Moni mehr. Das ist doof. Erster Pistil. Erster Pistil. Erster Pistil. Der Schreckpüton ist so schreckhaft geworden. Feind tot. Neutralisiert. Oh, kommt da noch hin. Ne. Ach, Mann. Jetzt hat der mich wieder mit der Piste geholt. Ich werde von beiden Seiten beschossen. Das kann ich da tun. Gar nichts. Das kann ich da tun. Oh. Erschreckt mich Donald so. Mein Gott. Was? Verbrecher. Ach, das gibt's doch nicht. Mann. Also, ich habe jetzt zweimal ihn angehittet. Ruhe. Oh, ich kann ja mitgesprachen. Hier. Ich werde, ich hätte, hätte. Und was ist? Nichts. Oh. Du hast echt Eier auf mich zu schießen. Ja. Wie der das gesagt hat, ey. Ja. Ach, Leute. Schon wieder snipen. Ernsthaft. Eure Taktik geht nicht auf. Macht was anderes. Macht was anderes. Ja. Dass du die Klappe hältst. Boah. Ja. Okay. 18, 15, ja. Wenigstens was. Alter. Warte mal. Warte mal. Okay. Naja. Ich bin natürlich Dritter. Warte mal. Das ist aber auch gut so. Wenigstens Aufsatz. Was. Nimm mal. Na komm. Nimm mal wieder. Nimm mal wieder. So. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Game findet. Lasst auf jeden Fall ein Abo da. Falls ihr sowas sehen möchtet. Leider wird die Gameplays auf Kanal 2 erstellt. Also wenn ihr Bock habt. Könnt ihr unten in der Videobeschreibung nachrufen. Da ist der Kanal 2 verlinkt. Das sind die aktuellsten Gameplays. Die ich jetzt gerade momentan gespielt habe. Und da kommt auch Black Ops 3. Aber leider erst im Dezember. Weil ich habe ja sozusagen auch da einen Uploadplan. Und da ist Black Ops 6 auf jeden Fall verzeichnet. So. So. Mach mal mit. Herrscher. Das Zeitbender für den Einsatz ist offen. Los. Hey. Das macht uns. Wir verlieren Bravo. Wir kontrollieren Bravo. Au. Wir kontrollieren Zone C. Wir verlieren B. Bravo verloren. Das machst du. Au. Feindlicher Aufklärungspuls im Einsatzgebiet. Oh Mann. Wir verlieren Charlie. Ähm. Nee. Gib mir mal. Oh ja. Gib mir mal das LMG. Kommt nur her. Wir verlieren Charlie. Ähm. Gib mir mal. Oh ja. Ich übernehme das. Sichern Zone A. Wir verlieren Bravo. Wir verlieren Bravo. Wir gehen der Eroberung. Zone A ist auch eingenehm. Wir haben B verloren. Da brauche ich ja nicht nachladen. Was war das jetzt? Level 11. Glaabe ich. Joa mhm. feindlicher bach und heli im anflug wieder zu sehen ja ja also ich finde ja den Abschuss wie hat denn der mich jetzt gekriegt feindlicher wach und helige fichte vogel abgeschossen mit ihr eroberung von bravo läuft ja okay gesichert blittergranate raus ich dachte du es wäre vorbei okay ich wollte erstmal nachladen ähnlichkeit wir riegeln charlie ab aaaa bravo verloren bravo verloren ja ja ich werde dann wieder mit zwei leuten du sparst hier ja mal wieder typisch ja 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 ich werde dann ja 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 das ist ja ganz neu das müssen nicht hingegen wir haben alle Hälfte zu halten wir verlieren b wir haben Karte zu tun wir verlieren B Alter. Wir haben B verloren. Ist nichts Persönliches. Maaannn. Charlie wird gesichert. Ey Tassel, pass auf, wo du hinziehst. Er oben ist ein Bravo, läuft. Zone Charlie, abgeriegelt. Hier, oberen Link. Okay, ich wechsle jetzt bald doch rum. Ja, du gehörst uns. Ich will jetzt auch mal... Immer wieder von hinten. Ich mag's nicht. Ich mag's nicht gerne von hinten. Ich hoffe noch. Wir kontrollieren Bravo. Feindlicher Headstorm-Start entdeckt. B wird gesichert. Uah. Regeln alle Zonen ab. Ziel, Eroberung, läuft. Eroberung von Bravo, läuft. Aufklärung, frisch. Ziel wird gesichert. Ziel gesichert. Ja. Wir verlieren Bravo. Ach, gut. Boah. Nicht mit mir. Wir riegeln Charlie ab. Super, jetzt kommen die anderen wieder von dort. Brauch ich gar nicht da hinzulegen. Ja, Blättengranaten. Guck mal, was sind die ganzen... Ah, ich hab da einen Doppel-Kill gemacht. Chee. Wir haben B verloren. Gleiches ist der Auskernungspuls entdeckt. C wird gesichert. Ey, das kann nicht sein, dass er wieder diesen dimmigen Cake legt. Alle Standorte gesichert. Wir haben Alpha verloren. Wir verlieren B. Fünf weniger. Bravo verloren. Wir kontrollieren Bravo. Wir verlieren Charlie. Ich mag das. Crimson, brauche Hilfe mit diesem Zielobjekt. B ist abgesichert. Ich übernehme das. Achtung, feindlicher Bach und Heli im Anflug. Na, einen kostenlosen Kill, ja. Boah, wir sind aber ganz knabber an dem... Benutzer Aufklärungspuls. Wir verlieren B. Kontakt, Wach und Heli. Jens, kümmert euch um den Henikopter. Wir haben B verloren. Feindlicher Wach und Heli gesichert. Ja, wie viel brauchten wir denn? Wach und Heli zerstört. Nehmen alle Zonen ein. Boah, Helikopter. Boah, ich weiß schon mal gar nichts zu sagen. Danke. Oh, mir tun jetzt die Hände weh. Ach, Alter, wieder von hinten. Wir haben A verloren. Wir müssen das Ziel einnehmen. Seht es ein Einsatzteam. Sie waren heute besser als Sie. Vier. 29 zu 30. Ja. Gut, egal. Also es macht Spaß. Aber ich muss den jetzt nicht... Den jetzt hier gucken. Oh, nein. Oh, nein. und wieder ins geile ein ich müsste ja jetzt bald wieder was aufgedeckt haben ja 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 So. Stellung. Es geht los. Nehmt das Ziel ein. Stellung wurde gesichert. Wir sind in Führung. Ist das mal hier? Jo. Von drei Leuten. Erstmal Schrottflinde, dann 2 Sturmgewehren. Stellung gesichert. Okay. Ich muss nicht mehr helfen. Stellung identifiziert. Stellung ist aktiv. Schild Blumen. Stellung wurde gesichert. Egal. Welcher Arsch hat dir das beigebracht, Soldat? Aufklärungspuls ist verfügbar. Aufklärungspuls ist online. Vier Leute waren jetzt da drin. Die Stellung. Stellung lokalisiert. Stellung aktiv. Stellung lokalisiert. Stellung aktiv. Aufklärung. Aber alle möglichen firen! Aufklärung. 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 Bin ich sehr sensibel Ich komme jetzt so langsam mit der Steuerung Steuerung, gut klar Halbwegs klar Stellung wurde gesichert Der Feind hat die Stellung Gut, dass du mich jetzt entdeckt hast Das hätte er jetzt eine Pistole Schuss gekriegt von mir Stellung Level 2 Feindliche Drohne im Anflug Stellung lokalisiert Drei Leute Es ist echt unglaublich Dass drei Leute da drinnen hocken Stellung gesichert Feindlicher Wachhund Heli Feindlicher Wachhund Heli Und ich werde wieder von hinten attackiert Wie man sonst bei mir erwarten sollte Achtung Hellstorm Der Feind hat die Stellung Das wird das So egal Es wird's Stellung ist aktiv Stellung ist aktiv Stellung wurde gesichert Stellung wurde gesichert Wir haben die Kontrolle Wir haben die Kontrolle Feind identifiziert Feind identifiziert Achtung feindlicher Wachhund Heli im Anflug Stellung lokalisiert Was fahrt denn das jetzt grad Stellung aktiv Stellung aktiv Schon wieder von zwei Leuten Wir haben die Stellung erobert Naja Als ob die Kanade so weit Und dann haben wir wieder von hinten genutzt Mein Gott Leute Ihr habt's aber auch wirklich mit den Hintern ne Und anderen Egal Egal So Stellung ist aktiv Der Feind hat die Stellung Digga Ich schieß drauf und drauf und drauf Er stirbt nicht Boah Bin ich froh dass ich das game Naja Ja Er kriegt sofort Dings Weil sie die ganze Zeit campen Nichts anderes können die Nichts anderes können die Wenn man sie gleich mal abnutzt Dann fühlen sie sich wieder komisch Nächste beste Ecke Da kommen sie wieder zu Zwei Tritt Viert Oh Gott Ich bin ein Mann Und keine Balli Bilder hier Mach es hier Sind sogar Und schon wieder zu 2 Leute Hört auf immer popsikommen Und zu zweit Trinkt euch nichts Das war jetzt hier, das hier doch mal. Ja. Ziel eliminiert. Super. Stellung identifiziert. Stellung gesichert. Aaaaaah. Stellung ist aktiv. Der Feind hat die Stellung. Feindlicher Aufklärungspuls im Einsatzgebiet. Aaaaaah. Da sitzt da einfach rum. Digga. Da sitzt da einfach rum und kollert sich da rein. Digga. Hey, wir sind nicht beim Feindmord. Du mal, wie die... Die doppelte Klone. Ich begleiche immer alles. Stellung aktiv. Boah. Stellung wurde gesichert. Digga. Einde haben die Stellung erobert. Ah. 25 zu 25. Jungs, Jungs, Jungs. Boah. So. Genau. Genau. Dann würde ich mal sagen, ich hoffe es hat euch gefallen. Das war auf jeden Fall mal Feedback da. Ja. Und wir sehen uns dann bei der Kampagne von, äh, Dirkup 6. Und... Ja. Dann... hier unten rein gehauen. Wie unsere... ...lieben anderen hier vorhin. So. Level 12. So. Aufsatz. 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 Würde ich sagen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Aufsatz. Aufsatz.